Ein herzliches Willkommen zurück zu Prime Mechanic Extinction. Heute mal allein unterwegs. Mal sehen was uns jetzt erwartet. Wissen wir, wer sich nicht draus mich auf den Servern erwartet, weil man ein Z-Admin ist und... Viele Leute kennen mich bereits schon und das ist schon... ja... Ich bevorzune mal den Freedom, der ist eh dicht. Ich hoffe, dass ich jetzt noch reinkomme, weil er voll ist wahrscheinlich. Komm ich rein? Ich bin drin. Mal gucken, wie ist denn alles da? Ich gehe mal als Raptor jetzt mal. Ja, wie ist denn alles da? Ja... Mal sehen, was läuft denn hier so? Nein, lasst mich! Ich gehe hier als Mensch spielen. Tschüss! Sind denn so viele Menschen da, ne? Mit gewissen anderen Typen traue ich ja nicht. Gut, da ist Bino da hinten, oder? Typisch. 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 Ich könnte natürlich auch jagen, aber PCE ist einfach nicht mehr das, was man war. Aber... Es wäre so ein gutes Spiel. Es hätte so viel Potenzial, aber die Spieler... Nee, die Spieler sind das Problem. Wie heißt das auf Englisch? Ich... 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 Ich weiß nicht, was da auf Englisch besser heißt, aber... Englisch ist auch nicht meine Stärke. Wenn ich jetzt da runtergehe, ne? Dann haut es mich von den Socken hin. Ich weiß es ganz genau. Das Layer hat ja nicht auf, so wie ich jetzt geguckt habe. Und jetzt? Ich weiß nicht. Was tut ihr alle, alle? Geht ihr da nicht runter? Boller mich weg! Wieso? Wer schießt denn hier wieder, Alter? Wieso? Wer schießt denn hier wieder, Alter? Und bei den Klapper gehe ich nicht. Ich bin einfach für Klapp. Ich will hier spielen, aber das Problem ist, hier spielt keine Sau wirklich und... Ja. Hier spielt einfach keine Sau mehr richtig. Und wenn du mal bessere Spieler hättest, dann... Sind die eh auf anderen Servern wie Slayer. Ja. 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 Die ist jetzt gut. Ja. Ich steige mich mal vorbei. Ja. Ja. So, mir fehlt eindeutig ein Team-Debmatch, also nach der Runde werde ich mir jetzt überlegen, ob ich meinen Server aufmache, wenn das da ist. Ich brauche ihm denn nütch! Miiin! Was ist kein Vernünftiger unterwegs? Nuh! Nup! Nicht mit mir! So. Lass mich hinandersetzen. So. Hat er davon. Ich liebe es, wenn man direkt hinten dran spawnt, weißt du, da kann man so richtig gemeine Dinge tun. Denkst du, ich sehe dich nicht? Hä? Komm, tschüss. Als ob ich dir hinterher springe. Och, ich spring mal runter. Ey, ich das kann, weil ich jetzt Suizido bin, alter. Oh, ein Trapper. Und einmal kontrollieren. Sind da hinten. Ach, das ist eng und der Edmund. Ja. Ich... Ich... Da fällt in der Tod um. Der Nächste, der mich tötet, werde ich groß werden und rum gehen. Ich traue dir jetzt einen fucking Trapper nicht mehr. Ich traue den scheiß Trapper überhaupt nicht. Denen wurde wieder geteabackt. Läuft bei denen! Läuft! Hm. Nicht mit mir, alter. Das kannst du knicken, ey. So. Immer nur so rumstehen, als wäre nix, ne? Immer nur mal rumstehen, als wäre nix. Und dann lass die langsam kommen, die Trapper. Und dann, wenn du weißt, wenn sie ein Netz abfeuern, dann springst du. Das ist so einfach. Das kann man so einfach berechnen. Das ist schlimm. Der Trapper traut sich was. Aber der ist anscheinend auch friendly. Manche Trapper kann man einfach nicht... einfach nicht trauen. Das ist... das ist halt schlimme. Ach du Scheiße. Da bombardiert wieder einer. Du schaffst das! Oder auch nicht. Ich geh auch da hoch. Mit mir wollen. So. Ich geh auch da hoch. Ich geh auch da hoch. Ah Nichts los hier Wo mache ich jetzt hier die Taunen? Mann, wie lange die Taunen, Alter Der Trapper, der hat ein Hardcore-Leben Ich hielt ihn beinahe geschlitzt aus als ich Ich könnte ja mal als T-Rex kommen Komm, ich komme mal als T-Rex Oh Geh weg Ja Hallo Ach, die verkehrte Taunt auch noch Oh, es will ich denn scheiße So, jetzt So, jetzt kann ich mitwinken Geh weg Wut? Okay Da ist irgendwas Ach, das ist wieder Winkie 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 Ich würde ja gerne herschreiben Jetzt habe ich eigentlich Wie den Rückmus raus So 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 So. What the... Ö! Problem! Stinksack. So. So, bestimmt den Golan. Fisch ist die auf mich. Yep. Oh Gott! Shit! Oh. Infakti. Und das hat sich... Das schaffst du. 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 Und das schaffst du. Ja, ich bin nicht vor, irgendeinen friendly Typen zu töten, aber wenn sie Stress an... Oh Gott, schon sagen, will ich das anfangen, geht's aus neuem. Oh fuck. Ich kann nicht, ich hab gefressen, da kann ich nicht taunen, so leid wie ich das tut. Ich kann nicht taunen, oh je, ah. Oh ne, ich kann nicht taunen, ah, jetzt kann ich endlich. Der hat sich wohl wieder hier ne Bombe hingeschmissen. Wer war's? Wer vor der Schmolo... Was? Was ist ja, Zack. So, rissen. Ich bin der Oro. Ich bin der Oro. Ich steh voll scheiß, Alter, okay, ich muss jetzt Wendung mal nutzen. Oh Gott, ich komm so nicht vor. Ja, okay, wir gehen andersherum, wir gehen so rum. So, klop, ich steh in ihm dran. Yeah! Fucking Kopfektin! Tümi, ich sag's ja, ich fress dich. Boah! Der kleine Spocki, Alter! Der kleine Spocki. Jetzt kommt langsam ein bisschen Leben in die Buhle, aber die sind auch gleich wieder da sind. Also die Spocki sind gleich wieder tot. Wienke, 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 wienke. Boah, ich werde vor diesen schönen Winkel mal sagen Danke fürs Zusehen manchmal. Warte mal. Und... Wat? Wien war das? Wien war das? Wien war das? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!